Die Ausgangsform des Werkstoffes ist eine ebene Blechronde. Beim hier dargestellten Tiefziehen mit Blechhalterung wird ein Niederhalter eingesetzt, der das Werkstück im Randbereich festhält. Die dabei auf den Randbereich, den sogenannten Flansch der Blechronde, wirkende Kraft Fn muss so gewählt sein, dass sie die unerwünschte Faltenbildung verhindert und gleichzeitig das notwendige Hineinziehen des Werkstoffes in die Matrize erlaubt. Um nun aus der Blechronde einen Hohlkörper bzw. Napf zu ziehen, wird die zur Umformung notwendige Zielkraft Fz über den Stempel auf den Napfboden übertragen. Das Umformen erfolgt durch Stauchen im Bereich des Flansches und durch Strecken im zylindrischen Bereich. Zwischen der Matrizenoberseite und dem Niederhalter wirken dabei radiale Zugspannungen und tangentiale Druckspannungen. Die radialen Zugspannungen erreichen im Flansch an der Ziehkante ihren Maximalwert und gehen zum äußeren Rondenrand auf 0 zurück. Zwischen der Ziehkante und dem Napfboden wirken axiale Zugspannungen. Diese dürfen die Reißfestigkeit des Werkstoffes nicht überschreiten, da sonst Ausschuss entsteht. Die Untertitelung des ZDF, 2020